Kapitel 20 Komm doch mit 1 B A Denise Schenk? Hallo, hier ist Miriam. Hallo Miriam. Denise, hast du am Mittwoch Zeit? Vielleicht. Was gibt's? Ich hab dir doch von dem Fotokurs in der VHS erzählt. Und am Mittwoch ist die Einführung. Kommst du mit? Klar. Wann geht's los? Um 19 Uhr. Hast du Zeit? Ja, das passt mir. Prima. Treffen wir uns um frühen vor 7 am Eingang? Okay. Bis Mittwoch. B Hallo, hier ist Holger. Du, ich bin morgen ab 2 Uhr im Park, also beim Schachbrett. Hast du Zeit? Komm doch vorbei. Kaffee und Plätzchen bring ich mit. Du weißt, ich bekomme eine Revanche. Hoffentlich klappt's. Hier noch meine Handynummer. 0171 2247... C Ja? Hallo Frank. Hier ist Stefan. Bist du heute Nachmittag am Spielplatz? Vielleicht. Ich habe noch keinen Plan. Wir wollen heute grillen. Jeder bringt was mit. Hast du Lust, mit Mona vorbeizukommen? Gute Idee. Wann trefft ihr euch? Ja, so gegen 4. Kommst du? Ja, ich komme gern. Was soll ich mitbringen? Würstchen, Gemüse, vielleicht ein Baguette? Ach ja, und bring bitte die gelbe Tasche mit. Die gelbe Tasche? Ja, das ist unsere. Klar, bring ich mit. Und Mona nicht vergessen. Tschüss. Fünf. Aussprache. Wörter verbinden. Und du? Machst du? Und du? Was machst du in deiner Freizeit? Brauchst du? Brauchst du viel Geld in deiner Freizeit? Fünf Wochen. Sie hat fünf Wochen keinen Sport gemacht. Mag Gerd. Welche Sportart mag Gerd? Mag Gerd. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 6. Nach dem Spiel Oh Mann, das war ein Spiel. Grauenhaft. Wieso? Immerhin unentschieden. 0 zu 0. Aber wir waren viel besser. 90 Minuten und kein Tor. Hättest du doch eins geschossen. Wenn mir keine eine Vorlage gibt, kann ich keins machen. Egal. Ich gehe jetzt duschen. Ähm, hast du ein Handtuch für mich? Tut mir leid, ich habe keins. Ich habe eins für dich. Und du gibst mir deinen Kamm. Ich habe keinen, aber Paula hat einen. Sonst noch was? Ich suche einen Schuh. Unter der Bank liegt einer. Und hier, ist das deine Sporttasche? Oh ja, ich glaube, das ist meine. Und das T-Shirt? Ist es auch deins? Ja, das ist auch meins. Danke. Ach so, hast du nachher Zeit? Nein, ich habe keine. Du hast kein Handtuch, du schießt kein Tor und ich habe keine Zeit. Basta. Uiuiuiuiui, da regt sich aber eine auf. Acht. Kontakte. A. Herr Kaka, haben Sie in Deutschland schnell Kontakt zu anderen Menschen gefunden? Naja, schnell geht so etwas eigentlich nie. Man braucht schon Zeit. Aber ich bin jetzt seit drei Jahren hier und habe viele Freunde und Bekannte. Ich mache öfter Kurse an der Volkshochschule. Im Moment einen Kurs Digitale Fotografie für Fortgeschrittene. Und dann bin ich Mitglied in einem Schachclub. Mit dem Club machen wir auch viele andere Aktivitäten. Wandern, gemeinsam grillen, Ausflüge, Feste. Da habe ich viele Leute kennengelernt. Einige davon sind heute gute Freunde von mir. Und wie ist das bei Ihnen, Frau Digitroff? Ich wohne seit zwei Jahren in Deutschland und kenne fast niemanden außer meinen Kollegen bei der Arbeit. Ich habe auch schon mal Kollegen zu mir eingeladen. Manche sind auch gekommen und es war nett, aber nur einer hat mich eingeladen. Ich glaube, viele Leute leben hier nur für sich. Jeder hat seinen kleinen Kreis und da kommt man nur schwer rein. Da kann man nichts machen. Gott sei Dank leben auch einige Verwandte von mir hier und wir treffen uns. 11. Volker Müller, aktives Vereinsmitglied A. Hallo Herr Müller. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Ich heiße Volker Müller, bin 52 Jahre alt, wohne seit meiner Geburt in Neustadt und von Beruf bin ich Ingenieur. Welche Hobbys haben Sie? Nordic Walking, Radfahren, Lesen und natürlich Fußball. Wer ist Ihre Lieblingsmannschaft? Ja, natürlich der FC Bayern München. Das ist für mich der beste Fußballverein in Deutschland. Sind Sie auch Mitglied in einem Verein? Ja, aber nicht beim FC Bayern. Ich bin sogar Mitglied in zwei Vereinen. Ich bin im Radsportverein und aktives Mitglied im Fußballverein Fortuna Neustadt. Was heißt aktives Mitglied? Das heißt, ich spiele aktiv Fußball bei der Fortuna. Genauer gesagt bei den alten Herren. Spielen Sie jedes Wochenende? Klar. Zweimal in der Woche haben wir Training und am Sonntag spielen wir. Gibt es bei der Fortuna neben dem Fußballspielen auch ein Vereinsleben? Natürlich. Das Vereinsleben ist wichtig. Ich bin mit Menschen zusammen, die das gleiche Hobby haben wie ich. Wir sind alle über 50 Jahre alt, aber wir machen immer noch gerne Sport und wir feiern gern. Gibt es noch andere Vereine in Neustadt? Oh ja. Am größten sind der Tennisverein und der Turnverein. Und dann gibt es noch den Radsportverein, den Wanderverein, zwei Karnevalsvereine und noch viele mehr. Es sind fast 100 Vereine. Gibt es auch ausländische Mitbürger in den Vereinen? Klar. Bei der Fortuna spielen junge Spanier, Türken, Polen und so weiter. Die Jugendmannschaften der Fußballvereine würde es ohne die ausländischen Jugendlichen überhaupt nicht mehr geben. Und bei den alten Herren spielen auch vier oder fünf Ausländer mit. Wobei die meisten schon seit vielen Jahren in Neustadt leben und arbeiten. Welche Probleme haben die Vereine heute? Das ist von Verein zu Verein sehr verschieden. Aber das größte Problem ist der Nachwuchs. Viele junge Leute gehen heute nicht mehr in einen Verein. Das ist schade. Haben die Vereine auch eine soziale Funktion? Ja, das ist sehr wichtig. Die Mitglieder treffen sich ja nicht nur bei den Spielen oder zu den Vereinsabenden, sondern auch zu Jubiläen, Geburtstagen und anderen Feiern. Ganz wichtig, die Menschen sprechen miteinander. Sie bleiben auch nach den Sitzungen noch da, trinken ihr Bier, freuen sich und so weiter. Danke für das Interview, Herr Müller. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020